Unterricht? Das sieht bei mir so aus. Können wir bei der Recherche am PC-Musik mit Earpods hören, Herr Mittelbach? Eine Schülerin richtet diese Frage an mich in einem terminierten Gespräch, während alle anderen SchülerInnen in und außerhalb des Fachraumes individuell an etwas arbeiten. Diese Frage taucht immer wieder in Gesprächen zwischen mir, dem Auftraggeber, dem Stakeholder und dem Produkteigentümer, dem Product Owner, auf. Nach der Klärung dieser Frage beginnt dann die Arbeit, der sogenannte Sprint. Ich spreche von einem kleinen Ausschnitt von Arbeit aus dem agilen Rahmenwerk Scrum. SchülerInnen, die in Scrum-Teams organisiert sind, sollen im Fach Naturwissenschaft und Technik ein selbstgeplantes Produkt zum Thema Luftfahrt erstellen. Dafür haben sie acht Wochen Zeit im Fachunterricht. Die SchülerInnen arbeiten im Moment an verschiedenen Aufgaben im Klassenraum. Eine Schülerin baut an einem Modell eines Flugzeugflügels, ein anderer Schüler recherchiert im Internet und eine weitere Schülerin baut gerade ein Stativ für ein iPad auf, um ein Erklärvideo mit der Legetricktechnik zu produzieren. Es sind nicht viele SchülerInnen anwesend, da einige SchülerInnen außerhalb des Klassenraumes in den Teams arbeiten, das Scrum-Tagebuch ausfüllen oder an einem Labbook arbeiten. So sieht es bei mir im Unterricht aus, der sich an agilen Prinzipien und Methoden orientiert. Mit dem agilen Rahmenwerk Scrum zu unterrichten bedeutet, in einem klar definierten Rahmen mit einem klaren Produktziel, eindeutigen Rollen und Aufgaben, eine kreative und individuelle Lösungswege ermöglichen, den Lernumgebung zu schaffen. Agilität in der Bildung passiert nicht einfach so. Agil ist keine Methode, agil ist eine Haltung, eine Denkweise, eine Kultur. Mein Name ist Tom Mittelbach. Ich bin Vater von drei Töchtern, seit 2022 auch ein junger Opa und schon immer sehr interessiert an Veränderung und an Neuem. Ich habe vor meiner Tätigkeit als Fachlehrer in Baden-Württemberg als Streetworker gearbeitet. Das ist aufsuchende Jugendsozialarbeit im Milieu. Als Streetworker habe ich in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen gearbeitet und habe festgestellt, dass diese jungen Menschen sich sehr gut anpassen können und in der Lage waren, auf unerwartete Einflüsse und Veränderungen zu reagieren. Als Streetworker musste ich ebenso auf unerwartetes reagieren können. Kein Tag liegt dem anderen und nichts war sicher. Die Lebensrealität der Kinder und Jugendlichen war und ist gekennzeichnet durch häufige Umbrüche, individuelle Herausforderungen und schwierige Lebensphasen. Die Beweglichkeit im Leben der Jugendlichen war die logische Reaktion auf ihre nicht planbare Lebenssituation. Das Anpassen und die Änderung von Planungen gehörten in der Streetwork für mich zum pädagogischen Alltagsgeschäft. Nur so konnte ich den Bedürfnissen der Klientinnen gerecht werden. Das hat man damals nur noch nicht agil genannt. Man steigt nie zweimal in denselben Fluss, denn alles fließt und nichts bleibt. Mit diesen Worten soll der griechische Philosoph Heraklit seine Lehre zusammengefasst haben. Alles ist in Bewegung, nichts bleibt stehen. Wir leben in einer sich ständig verändernden Welt. Diese Veränderungen werden gerne mit den Kürzeln VUCA und Bani beschrieben. Die Bildung muss sich den Veränderungen und Herausforderungen unserer Zeit stellen können und dementsprechend reagieren. Die Bildung muss also agil werden. Doch was bedeutet das? Agil zu denken und zu handeln bedeutet, auf Veränderungen adäquat reagieren zu können. Agil zu handeln bedeutet, auf der Grundlage aktueller Fakten und Einflüsse Entscheidungen zu treffen und die sich dadurch neu ergebenden Situationen als Grundlage für Kommendes zu betrachten. Das agile Rahmenwerk Scrum ist eine sehr gute Möglichkeit, agiles Arbeiten und Lernen im Unterricht und in der Schule einzuführen, zu erproben und zu erlernen. Schon Anfang dieses Jahrtausends wurden die vier Cs im Framework for 21st Century Learning vorgestellt, in Deutschland dann die vier Ks. Ich bevorzuge die Erweiterung der vier Cs auf sechs Cs nach Michael Fullan, da die vier Cs um die meines Achtes nach sehr wichtigen weiteren Kompetenzen Compassionate und Citizenship ergänzt wurden. Compassionate, also Einfühlungsvermögen, ist ein erklärtes Ziel der Bildung für das 21. Jahrhundert. Mitgefühl und Einfühlungsvermögen sind die Grundlage für vertrauensvolle professionelle Beziehungen und eine gelingende Gestaltung des sozialen Umfeldes, auch im Berufsleben. Citizenship, die Fähigkeit, an einer demokratischen Gesellschaft teilhaben zu können, ist eine weitere wichtige Kompetenz. Sich selbst als Teil einer Gemeinschaft zu erkennen und partizipieren zu können, ist ein sehr wichtiger Skill für die Gegenwart und die Zukunft, für Lehrkräfte und Lernende. In den kommenden Minuten möchte ich euch die sogenannten agilen Werte vorstellen, die die Grundlage des agilen Mindsets sind und zugleich grundlegend für einen gelingenden agilen Prozess sind. Anhand der agilen Werte werde ich einzelne Bausteine des agilen Rahmenwerks Scrum kurz vorstellen. Sammeln wir uns die agilen Werte zusammen. Selbstverpflichtung, Rückmeldung, Fokus, Kommunikation, Mut, Respekt, Einfachheit und Transparenz. Die Selbstverpflichtung ist der erste agile Wert, den ich erläutern möchte. Alle an einem agilen Prozess Beteiligten verpflichten sich mit Hingabe ihre Kompetenzen, Ideen und Engagement in die Arbeit einzubringen. Für uns Lehrkräfte bedeutet dies, dass wir den Lernenden das Vertrauen entgegenbringen, dass sie sich mit aller Kraft für das Erreichen der definierten Ziele einsetzen. Zugleich müssen die Lernenden an Commitment, die Selbstverpflichtung, herangeführt werden. Das Schulsystem hat ihnen nicht immer die selbstständige und eigenverantwortliche Arbeit ermöglicht und beigebracht. Innerhalb der Sprints in Scrum, der Arbeitsphasen, bedeutet Selbstverpflichtung, dass alle Ergebnisverantwortlichen, die sogenannten Developer, also die SchülerInnen im Scrum-Team, alles ihnen Mögliche tun, um das Team beim Erreichen des Ziels zu unterstützen. Eine Rückmeldung, ein Feedback zu geben und zu erhalten, ist einer der wichtigsten agilen Werte. Das Feedback ermöglicht eine stete Verbesserung des Lernproduktes und von mir selbst. Konstruktive Rückmeldung ermöglicht mir zu wachsen und mich zu verbessern. Den Lernenden gibt es individuelle Unterstützung und Orientierung. In Scrum beginnt jede Arbeitsphase, jeder Sprint mit dem sogenannten Daily, in dem die drei W-Fragen von jedem Teammitglied beantwortet werden. Was habe ich getan, um das Team beim Erreichen des Ziels zu unterstützen? Was werde ich heute tun, um das Team beim Erreichen des Ziels zu unterstützen? Und was hindert mich gegebenenfalls daran? Ein Sprint schließt immer mit der Review ab. In diesem Meeting wird kurz besprochen, wie weit das Team mit dem Produkt ist und ob es aktuelle Probleme gibt. Die Rückmeldung zur Zusammenarbeit, zum Teamwork und zur eigenen Arbeit erfolgt am Ende des Scrum in der Retrospektive. Der agile Wert Fokus bedeutet sich auf seine gemeinsame Aufgabe zu konzentrieren und störende Einflüsse zu minimieren, um in der zur Verfügung stehenden Zeit das bestmögliche Lernprodukt zu erstellen bzw. das Ziel zu erreichen. Mit Fokus wird Multitasking vermieden und keine Zeit verschwendet. In Scrum fokussiert man sich auch mit der Definition of Done. Die Teams legen Akzeptanzkriterien fest, die Kriterien an das Lernprodukt anlegen, zum Beispiel das Produkt ist auf Rechtschreibfehler überprüft. Offene und wertschätzende Kommunikation ist ein Grundpfeiler gelingender Zusammenarbeit und Kooperation. In Scrum wird die Kommunikation durch regelmäßige, klar strukturierte Meetings und Rollen gewährleistet. In Scrum findet die Kommunikation individualisiert in den Sprints, den Arbeitsphasen statt, ansonsten ritualisiert in den Meetings, im Daily und in der Review. Ganz am Ende des Scrum in der Retrospektive. Der agile Wert Mut steht für die Herausforderung, die eigene Komfortzone zu verlassen. Nach der Komfortzone kommt die Wachstumszone. Es braucht Mut, bekannte Lösungs- und Lernwege zu verlassen. Vor allem aber braucht es Mut, immer wieder zu scheitern. Zu scheitern ist im agilen Mindset eine Lernchance und kein Fehler. Der Wert Mut steht also auch für eine neue Lernkultur, in der Kompetenzen und Entwicklung im Fokus stehen und nicht fehlen. Respekt bezieht sich auf das tägliche Miteinander und Zusammenarbeiten. Respektvoller Umgang bedeutet unter anderem, sich ausreden zu lassen, Unterschiede zu tolerieren und sich selbst kurz zu fassen. Das Prinzip der Einfachheit kann sehr gut mit dem KISS-Prinzip erklärt werden, keep it simple and stupid. In Scrum ist es die Aufgabe im Sprint Planning, die erforderlichen Arbeitsschritte zum Erreichen der Ziele und des großen Ziels so einfach und klar wie möglich zu definieren. Dieser Arbeitsschritt bringt für das Team viel Klarheit in die anstehenden Aufgaben und das Zielverständnis. Jedes Ziel, jeder Arbeitsschritt, jeder Inhalt soll so einfach wie möglich, so genau wie nötig beschrieben sein. Der agile Wert Transparenz zielt auf einen überschaubaren und für alle sichtbaren Workflow ab. Das bedeutet, dass alle am Prozess Beteiligten zu jeder Zeit über die Fortschritte und Verantwortlichkeiten der anderen Teammitglieder informiert sind. Transparenz schafft Vertrauen. In Scrum gewährleisten wir die Transparenz durch den Einsatz der Scrum-Boards, einem Kanban-Board, welches du offline oder online organisieren kannst. Auf dem Board können alle Teammitglieder zu jeder Zeit sehen, wer an was arbeitet und wie der aktuelle Entwicklungsstand aussieht. Du siehst neben mir auch ein solches Kanban-Board. Diese agilen Werte und Prinzipien helfen dir, Bildung agil zu gestalten. Mit dem Einsatz des agilen Rahmenwerks Scrum ermöglichst du es, den Lernenden mannigfaltige Erfahrungen zu machen. Sie können durch die klaren Regeln und den sich dadurch ergebenden kreativen Freiraum individualisiert lernen, sich weiterbilden und zugleich wertvolle Kompetenzen für ihre Zukunft erwerben und festigen. Hier kommen einige Vorschläge für die ersten Schritte zum Einstieg. Erstens, du setzt dich mit dem Modell des Fixed & Growth Mindset von Kyle Dweck auseinander. Du lernst dich selbst besser kennen, findest heraus, wie du selbst mit Veränderungen umgehst. Ihr etabliert regelmäßige Feedbacks und lernt voneinander. Zweitens, ihr führt einen pädagogischen Tag zur Agilität an eurer Schule durch. Holt euch dafür Unterstützung von Expertinnen. Im Rahmen dieses pädagogischen Tages könntet ihr dann unter anderem auch das Kennenlern des Frameworks Scrum vertiefen. Drittens, du nimmst dir eine Unterrichtseinheit mit Scrum vor und setzt dich mit dem Rahmenwerk auseinander. Du beginnst natürlich nicht alleine mit der Planung, du hast professionelle Verbündete. Ihr arbeitet gemeinsam, Agile by the Books. Ihr plant gemeinsam, ihr diskutiert und probiert aus. Besucht euch im Unterricht und gebt euch Feedback. Lasst euch auch von den Lernenden eine differenzierte Rückmeldung geben. Übrigens, du findest diese und weiterführende Information in den Begleitmaterialien zu diesem Video. Habe den Mut, die Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu gehen. Habe Vertrauen in die Fähigkeiten deiner Lernenden und deren Bereitschaft, Neues auszuprobieren und mit Spaß zu lernen. Versuche Neues, wage das Unbekannte. Jeder Versuch und jeder Fehler lassen dich voranscheitern. Ich zitiere Edmund Hillary, der sagte, wir hatten eine sehr einfache Ausrüstung und sehr primitive Klettertechniken. Das Einzige, was wir wirklich gut konnten, war, eine Stufe nach der anderen in Schnee und Eis zu schneiden. In aller Bescheidenheit kann ich sagen, dass wir darin Weltmeister waren, einfach immer die nächste kleine Stufe zu schneiden, die uns erlaubte, den nächsten kleinen Schritt Richtung Ziel zu machen. Mit genau dieser Einstellung müssen wir beginnen, agil zu denken und zu handeln. Wenn der Wind der Veränderung weht, wirst du Mauern oder Windmühlen bauen. Es ist toll, dass du dich auf den Weg machst. Veränderung kann nur gelingen, wenn wir sie wollen. Unsere SchülerInnen werden bereit sein für die herausfordernde Zukunft, wenn wir sie dabei unterstützen, die notwendigen Skills zu erwerben. Sei deine beste Version und hilf anderen, ihre beste Version zu werden. Fertig! 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 Bis zum nächsten Mal.